Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch in Phase 5 von 6 der legendären Herausforderung. Zehnter Woche auf Fortnite Chapter 2 Season 7 müssen wir mal wieder eine schwebende Alien-Plattform besuchen. Das wiederholt sich also. So, das passt mir ganz gut. Ich muss innen nach Craigie Cliffs. Dann nehme ich diese Plattform hier, hole mir Loot und gehe ab nach Craigie Cliffs. In der Hoffnung, dass sie mich nicht wieder einsaugt. Ne, nix Loot hier am Start. Ne, kein Loot. Kein Loot. Hier ist kein Loot. Doch da eine Kiste. So, damit wäre der Auftrag, die Alien-Plattform zu besuchen, auch erledigt. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.